Nordkorea hat laut südkoreanischen Militärangaben Teile der innerkoreanischen Straßenverbindungen gesprengt. Wie der Generalstab in Seoul laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Jonjab heute bekannt gab, seien auf der nördlichen Seite der Demarkationslinie Teile von zwei Straßen zerstört worden. Das südkoreanische Militär habe daraufhin Warnschüsse abgegeben. Zudem sei die Einsatzbereitschaft erhöht worden. Nordkorea hatte vor einigen Tagen angekündigt, sämtliche Straßen und Bahnverbindungen zu Südkorea dauerhaft unterbrechen zu wollen. Begründet wurde das mit dem Schutz der nationalen Sicherheit sowie zur Verhinderung eines Krieges. Die innerkoreanischen Straßenverbindungen galten einst als Symbol der Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea, wie Jonjab berichtete. Die Spannung auf der koreanischen Halbinsel habe sich zuletzt deutlich erhöht. Am Wochenende beschuldigte Nordkorea den Süden, Drohnen mit anti-nordkoreanischen Flugblättern nach Pyeongchang entsandt zu haben. Südkorea bestätigt das nicht. Laut Nordkoreas Staatsmedien wurden Beobachtungsposten zur Luftverteidigung verstärkt.